Rollbop ist ein neuartiges System von Sommerrodelbahn, schienengeführtes System mit einer geschlossenen Schale der Sicherheit willen und wir fahren auf sehr eingebogenen Radien den Berg runter und schaffen eine perfekte Ausnutzung eines Berges. Was sind denn jetzt die Vorteile gegenüber einem normalen Rodel? Bei einem Rodel sitzt man drauf, in einem Pop sitzt man drin und die Füße und die Hände sind einfach versorgt und können nicht in Berührung kommen mit der Bahn und das hat einfach Sicherheitsthemen. Die meisten Unfälle sind Arm- und Beinverletzungen und die sind mit unserem System eigentlich ausgeschlossen. Was passiert jetzt sozusagen in Ihrem Firmengelände, in Ihrer Fabrik und was wird ausgelagert? In unserem Werk werden natürlich die Rohre gebogen, das ist das Kernstück der Bahn, die 3D-Biegung. Es wird natürlich alles geplant, die Vermessungen werden gemacht, das Berge, die Planung erstellt. Ausgelagert werden fertige Schritte wie CNC-Fräsen, alles was Laser geschnitten ist und diverse Aluminiumschweißungen werden ausgelagert. Und dann kommt wieder alles zu uns und bei uns wird alles fertig kompletiert und dann zur Montage vorbereitet und montiert.